Ich hab's gesagt. Hab ich's gesagt? Ja? Ich kann mir auch nix vorwerfen lassen dadurch. Okay. Sei da eins, Hammer. Das wird so belastend. Okay. So, das heißt, ich muss jetzt hier... Das kann ich ja schon mal machen. Ja. Hier müsste dann noch ein normales, so... Äh, ich weiß zwar noch nicht, wie ich das alles hier zusammenführen soll, aber das grobe Konzept ist auf jeden Fall da. Und dann zwei in der Mitte. Wenn ich gleich keinen Cobblestone mehr hab, ne, dann... Dann fang ich an zu dampfen! So, und okay. Da komm ich jetzt nicht mehr rauf. Das heißt, ich mach jetzt erstmal die eine Seite. So. So. Jetzt können wir uns über die andere Seite unterhalten. Zack. Okay. Okay. Ja. So. 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 Oh. Erstmal ein schönes Brot. Wenn wir schon kein Bier haben hier, kann man schon mal ein schönes Brot essen dazwischen durch. Ach ja. Einfach ist das nicht. Ja. Ja. Und... Rauf. Warte mal, hier müsst ihr ja eigentlich... Achso, hier ist das ja nicht. Aber ich bin jetzt auf einer Linie mit dem Ding, ne? Ja. Das heißt, hier können wir wieder Kabel reinhauen. Und das muss weg. Nein! Oh! Es passieren doch nur unglückliche Zufälle hier. Und ich hab halt sowieso kein Fichtenholz mehr. Dann muss ich ja wieder raus. Ich werd nicht mehr. Na gut. Okay. Eins. Zwei. Und der dritte ist es dann, ne? Ja. Danach geht's wieder runter. Du hast einen handfester Ruin, den ich hier ver... Bin ich nicht eins zu hoch jetzt? Nee. Aber langsam... Ich sag einfach gar nichts mehr. Ich wollte eigentlich jetzt gerade sagen, langsam verstehe ich das. Aber, ihr wisst doch, wie es ist. Erstens wäre es eine Lüge. Zweitens, wenn man sowas sagt, ganz kritisch. Da sucht sich das Universum sofort eine Möglichkeit ein, das Gegenteil zu beweisen. Sofort. Wird nicht lange gewartet. Gegenteil wird direkt bewiesen. So. Okay. Wenn alles gut läuft, muss ich nur noch eine davon machen. Und ich werde erstmal da in der Mitte einfach mal so eine Planke durchziehen. Aus normalem Holz, damit ich das Dach ordentlich bauen kann. Ja, das passiert gleich. Äh, nee, jetzt schießen sie auch noch auf mich hier. Ich gehe jetzt ins Bett. So. Das habt ihr nun davon. Wenn ihr hier so einen Dreck mit mir veranstaltet, dann gehe ich einfach schlafen. Wenn ihr blöden Monster meint, hier mich einfach runterschießen zu können, wenn ich hier den Stress meines Lebens habe, gehe ich einfach direkt ins Bett. So. Da wird auch nicht lange gewartet oder diskutiert. Da gibt es keine gute Nachtgeschichte oder einen Betthupferl oder was auch immer. Da geht einfach das Licht aus und fertig ist. Tschüss. So. Jetzt nochmal. Weiter im Text. Ich gehe jetzt erstmal schön den Rest an Fichtenholz sammeln, den wir hier noch haben. Zack. Einmal 64. Das wird doch wohl reichen. An normalem Holz habe ich zu wenig. Zack. Zack. So. Bitteschön. Danke. Okay. Mein linker kleiner Finger, der schmerzt langsam. Okay. Das erste, was ich jetzt machen werde, ist den Dachboden hier ausgleistern. Da kann man von mir aus dann noch mit einer Leiter hin. Soll mir rechts sein. Da nehme ich ja noch meine Workbench. Weg. Ne. Wie macht man nochmal eine Leiter? Der Einstock zu wenig. Ich hätte ja auch mal zählen können. Ei, ei, ei. Alles ist so schlimm heute. So. Zack. Reicht das? Wenn nicht, ist mir auch egal. Okay. Ich mache jetzt erstmal das hier weg. So. Giga Drill Breaker. Was soll der Geiz? Hauen wir mal rein. Okay. Das heißt, wir machen hier noch die Fenster ein höher. Dann ist das nicht so schlimm. Und dann noch alles innen einrichten. Warum will Mully Baird nicht mehr Minecraft spielen? Warum will er nicht mehr im Internet gehört werden? Leute. Das wäre so viel einfacher, wenn er ja einfach mal die Innen-Einrichtung machen würde. Das wäre so viel einfacher. Oh ja. Simon the Sorcerer Musik. Das habe ich jetzt gebraucht. Ne. Ah. Und da hat er sich die Haxen gebrochen. Okay. Okay, okay. Oh ja. Ist das schön. Und wenn ich das alles gebaut habe, dann bin ich frei für Mario Mega, Leute. Da kann ich Mario Mega 2 spielen, bis ich platze. Und ich werde überall alles machen. Livestreams wird es geben. Videos wird es geben. Wird einfach alles geben. Wenn ihr glaubt, dass es das geben könnte, dann gibt es das einfach. Ja. Public Viewing Mario Mega bei Maddie. Ist drin. Ist beantragt. Leinwand ist gekauft. Alles am Start. User Level. Negativ bewerten. Immer wieder gerne. So wird es laufen. Das ist so schön. Einfach mal einen Daumen runter geben. Das wird einfach das Fest schlechthin. So. Ich muss jetzt mal hier das so machen. Das hat einen positiven Vorteil. Einen positiven Nebeneffekt. Dass man hier direkt arbeiten kann. So. Okay. Einmal rüber hier. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie das ging. Ähm. So. Einen nach da. Der hier muss auch nochmal in die Richtung jetzt. So. Okay. Ja. Und hier müsste eigentlich. Nicht nur eigentlich. Mal geguckt werden. Warum das denn hier so doof aussieht. Ähm. Ja. Können wir da ran? Ma. 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 Ja. Da ist er. Okay. Ich bin hier auf Messerschneide. Aber. Gar nicht mehr so schlecht hier. Oh Leute. Leute. Das ist doch nicht euer Ernst. Okay. Dann. Machen wir mal was für die Arbeitssicherheit hier. So. Na. Es sind einfach immer wieder so neue Probleme, die kommen. Und dabei mache ich einfach nichts anderes als so ein blödes Haus in Minecraft bauen. So. Okay. Sieht ein bisschen bescheuert aus, aber mit ein bisschen bescheuert kann ich mich orangieren. Wenn es. Wenn jetzt das komplett bescheuert aussehen würde, ne. Dann würde ich sagen, ne. Aber so ein bisschen bescheuert ist immer noch drin. Das ist im Bereich des Möglichen. Da müssen wir auch nicht so viel diskutieren. So. Ne. Und wieder rauf. Das ist schon so ein bisschen. Ich glaube, ich bin dieses Jahr häufiger von diesem Haus gefallen, als von Incense Fortress. Von den Klingen da irgendwie was mitgekriegt zu haben. So. Jetzt muss ich mal gucken, welche Höhe hat er. Ich blunze mal einmal hier durchs Fenster. Das heißt, einen drüber hier, ne. So. Ja, das klingt. Das sieht aus, als wäre es richtig. So. Okay. Ich hätte auf der anderen Seite das auch schon von unten verkleistern können, aber ich war mit anderen Dingen beschäftigt. Andere Dinge, die einfach auch wichtig waren. Ey, komm jetzt. Na. Machen wir es mal so. Eben fix hier drauf. Fertig. Zack, 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 zack. Irgendwann mache ich mal meine erste Minecraft-Welt von damals auf. Und dann gucken wir mal, wie scheiße das alles aussah. Und dann können wir mal gucken, wie hat sich das geändert in den letzten paar Jahren. Das wäre was. So. Äh, die Konstruktion kann ich drüben natürlich nicht machen. Obwohl, warte mal, diese hohen Fenster gefallen mir nicht. Was haltet ihr denn davon, wenn ich einfach unten Steine hin mache? So. Das ist doch, das ist doch drin. Ja, das ist es. Jetzt noch von der anderen Seite. Ja. Ich wollte eigentlich schon längst aufhören. Aber ich muss das doch fertig machen hier. Wenn jetzt gerade, wo ich so ein bisschen eine Ahnung habe, wie das hier funktionieren soll. Ach, da muss man einmal dran. So. Einmal hier die Mitte erstmal. Okay. Nach und nach. Bam, 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 bam. Ja. Ich mache bald meinen anderen Baustil. Irgendwas. Ach, der Rest ist einfach auch so kompliziert. Erstmal ein Brot. Immer ein Steak fräten hier. Aber vor allen Dingen habe ich gar nichts. Dann habe ich gar keinen Mehrwert dadurch, dass ich das hier so gemacht habe. Ja, hier. So. Okay. So. 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 Nee. Genau so ein Blödsinn passiert da nämlich immer in diesem Spiel. Okay. So. Zack. Zack. Und hier ein weiter. Zack. 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 Und jetzt merke ich gleich, dass irgendwo was nicht richtig gemacht wurde. So. Okay. So. Wo ist denn meine Workbench jetzt? Menschenskinder, wo habe ich die denn jetzt wieder hingestellt? Ich. Ich mache jetzt einfach mal hier eine hin. Der hat Vorfol auch hier seinen Dachboden. Alle glücklich. So. Bam. Workbench. Bitteschön. Da kann Opa auf dem Dachboden sägen. Und Oma stört das noch nicht mehr. Die sagt dann, ja Heinrich, geh halt hoch. Mach deine Sachen da. Ist okay. Ist immer noch besser, als wenn du im Keller das machen willst, weil der gehört mir. Da habe ich meine Modelleisenbahn. Und da will ich dich einfach auch nicht sehen. Alleine wenn sowas immer passiert. Das wirft uns so weit zurück. Ich will doch nur fertig werden hier. Zack. Oh, ich höre drüben, wie gearbeitet wird. Ich kriege so viel Ärger. Ich kann einfach auch Katzen dann sagen, weißt du was? Tut mir leid, Schatzen. Ey, ich musste hier auf den Bau. Da, was meinst du? Da war die Hölle los. Und da bin ich auch noch dreimal runtergefallen. Das war belastend. So. Das ist natürlich Gift hier immer, ne? Nee. So. Okay. Oh, sec, sec. 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 Yeah. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020